Die Tagesdinger? Gut, ich glaube ich müsste alles haben. Jetzt steht da, Hilfe, Tessa und Agent unterstützen Mission, abschließend sehen an der Dunkelheit Mission, abschließend sie sind. Keine Ahnung, ich bin es jetzt nicht. Sehen der Dunkelheit. Ja, sehen, Agent, das Ding tun wir sehen an der Dunkelheit jetzt machen. Machen wir das. Ich muss nur der Breit machen. Habe ich doch schon. Jetzt. Aber das von diesem komischen Sinn, von dem Gesicht, was man am Anfang auswählen kann, ist ja eigentlich auch nur da, damit es offiziell so ein bisschen was ist, denn so richtig sehen tut mir von dem Gesicht gar nichts. Ja. Außer gerade mal ganz kurz vor den Scheffern eingeschrieben, gestiegen bist und wo da jemand Maske zumacht, aber sonst gar nichts. Ja, ist halt kein Fallout, ne? Wurde fünf Stunden lang. Ich schalte Arkanist Matthias dazu. Woher weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Aus sehr alten Feldbüchern, da war etwas, was der Verfasser ausgelassen hat. Etwas Wichtiges, was er nicht niedergeschrieben hat. Da bin ich mir sicher. Also hattest du nur ne Ahnung. Eine Hypothese. Klar. Welche Geheimnisse bergen sie? Ja. 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 Da sind wir. Oh nein. Das Blätterwerk ist hier sehr dicht. Wonach suche ich? Nach einer Art Markierung. Irgendwas, was andere Arkanisten erkennen würden. Oh, mein Erachter hat eine Art Markierung vor dem Soverein coat. Widerliche Dinger. Also gut. Finden wir die Markierung. Da, ja. Wie ungewöhnlich. Hm. Das habe ich schon einmal gesehen. Das löst nur mit dem richtigen Reiz aus. Und zwar? Ein Energiewechsel. Wenn er stark genug ist, erfassen die Kabel das und die Markierung wird aktiviert. Wie ein Feueralarm? Exakt. Das Gestalterobjekt an diesem Marker ist für Echos gemacht. Verstanden. Legen wir Feuer. Es funktioniert. Aber die Markierung wird erst durch einen größeren Energiewechsel aktiviert. Wir brauchen mehr Echos. Wir müssen in der Nähe sein. Hm. Hmm... Wo soll die sein? Ich hab schon zwei, ich brauch noch einen, dann bin ich voll Dann komm ich zurück Es tut sich nichts, wir brauchen wohl noch mehr Geh, schwer! Was glaubst du wird passieren, wenn wir die Markierungen auslösen? Das weiß ich nicht genau, aber meiner Theorie nach erfüllen wir die verborgenen... Du hast oben so einen Rater. Das blinkt immer so im Grün. Es müsste noch ein weiteres Echo in der Wege sein. Ich bringe noch zwei wieder mit. Aber wie sehen die aus? Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen mehr Echos. Das sind so leuchtende Kugeln. Flieg einfach den Radar hinterher, das oben so grün blinkt. Gut, die Energie verlagert sich. Ich hab hier einiges gar. Überlass ihnen das herumlungern. Die sind bestimmten Energiearten gegenüber empfindlich. Muss wohl auf ihre Insektenphysiologie zurückzuführen sein. Ich frage mich, ob... Ich bin gerade irgendwie beschäftigt, Matthias. Oh, ja, natürlich. Lass aber nicht zu, dass sie dir im Weg steht. Hat sich nicht vor. Holen wir diese Echos. Wieso sind sie in Käfigen? Das ist irgendwie unsinnig. Wie Angelköder für Freelancer. Ah, clever. Das respektiere ich irgendwie. Noch einer. Ja, hervorragend. Ja, und von diesen Dingern kannst du maximal drei bei dir mithaben. Ja, das ist schon klar. Also in dieser Innenmission konnte ich ja wenigstens die sehen, weil es dunkel war. Aber jetzt ist das so hell. Es hat geklappt. Die Markierung wurde ausgelistet. Durch den Akkernisten Feueralarm. Exakt. Exakt. Geschwister. Es muss viele Besitzer haben. Ja, wir sind. Lass uns überstehen. Ant một jeferlich. Es wird noch nie aufgelistet. Echt. Es ist eine große Herausforderung. Er wurde nicht mehr in der Liste. Alles in meinem Schild drin, da kriegt kein Schaden. Das ist ein Schaden, das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden, das ist ein Schaden. Das ist eine unvergessene Technik, wenn ich mir vorstelle, dass der Schlüssel zu meiner Arbeit die ganze Zeit vor meiner Nase lag. Hast du es? Ja. Die Energie beginnt zu schwanken. Soll das heißen, Beeilung? Ja. Das sollte reichen. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir mehr dieser Runen finden. Glaubst du, sie werden hilfreich sein? Ja, wenn du wieder in Fort Harsis bist, erkläre ich alles. Aber zuerst, danke. Diese Runen sind der Schlüssel, um das elysische Manuskript aufzuspüren. Da bin ich mir sicher. Da bin ich. Das ist ein Schaden, das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden, das ist ein Schaden. Jo... Ich möchte ihn da wieder bekommen. Neues Sturmgewehr, eine starke Acht. Ich mache das mal zur Schmiede. Ich gehe eine neue Waffe aus. Ah ok, ab Level 8 gibt es dann den neuen Javelin. Dann 16 und dann 26. Danach nochmal auf Level 8. Und dann 22, ja genau. So, neue Fallkommarmer. Das Fehler beim Aktualisieren des Milotendaten. Bitte später neu versuchen. Was? Ja, passiert. Langsam tue ich mich an die Steuerung gewöhnen. Nur das eine Mal, wo wir unter Wasser waren. In diesem komischen Bild, da war das beschissen. Ja. Da habe ich mich auch jedes Mal verirrt. Die Steuerung da unten drunter ist ein bisschen doof. Eigentlich steigt verirrt, aber sagen wir mal. Die Steuerung da unten drunter ist ein bisschen doof. So... Das ist Urraukleber. Das ist Urraukleber. Oh neue Komponenten, Klingenschrift, 10% nochmal Nahkampfschaden. Was die auch teilweise gemacht haben, wenn du aus dem Dunklen in die Zelle reinkommst, diese gleiche Überstrahlung sieht gar nicht schlecht aus, wenn du nicht wieder so leicht geblendet wirst. So, das geboren anzulassen. Freelancer! Besten Dank nochmal für deine Hilfe! Die Geschäfte laufen jetzt schon besser. Du verkaufst den Donner, hm? Hey, die Leute lachen, aber die Uniform macht den Soldaten. Schon mal das Dominion gesehen? Die verstehen was davon. Wenn man einen Krieg gewinnen will, ist das Auftreten die halbe Miete. Ein Javelin wurde gebaut, um einzuschüchtern, zu vernichten, auszurocken, auszumerzen und wenn du richtig gut bist, auszulöschen. Du musst deinen Feinden furchtsamen Respekt einflößen. Das war schon wieder ein Auftrag. Cool, stilvoll herumzufliegen. Haha, das ist wohl wahr. Man kann genauso gut Spaß haben, während man die Leute erschreckt. Ich schätze, es gibt einen Grund, weshalb wir die Anzüge Javelins, also Speere, nennen. Klar doch. Stell dir mal vor, sie hätten ihn Spieß genannt oder sowas. Oh, Mist, rennt. Eine Einheit Spieße kommt auf uns zu. Klingt irgendwie nicht so toll. Es sei denn, du machst eine Grillparty. Du scheinst mit Leidenschaft bei der Sache zu sein. Ich glaube, wenn dann die Bärten dann kommen und der Ohr einfach... Ich liebe das, was ich tue. Und es ist wichtig. Ich will den Guten zum Sieg verhelfen. Wenn ein Freelancer in seinem Javelin aufkreuzt, dann will ich, dass die Leute sich daran erinnern. Deine Feinde werden zittern, deine Verbündeten salutieren. Das hört sich gut an. Ein bisschen Blitz und Donner, um sich in Szene zu setzen. Du hast es verstanden. Wieso haben die Leute vor einem aufziehenden Sturm Angst? Wahrscheinlich, weil er dich töten kann. Richtig. Da ist Macht am Himmel und Schmerz, wenn du keinen Respekt davor hast. Lass mich einfach wissen, wenn du was brauchst. Ein Javelin hat immer Platz für mehr Donner. Mach ich. Wir sehen uns. Oh, Verbindungsproblem. Ah, du gerade auch. Jo, ich glaube, da haben sie es ja auch neu gestartet. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir auf jeden Fall mal einen Cut. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Mhm. Mhm.